Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Kunstwissenschaftliche Methoden. Heute beschäftigen wir uns mit der Ikonologie. Der Begriff Ikonologie setzt sich aus den aus dem altgriechischen stammenden Wörtern Icon, zu Deutsch Bild und Logos, übersetzt Lehre zusammen. Wir sprechen hier also von der Bildlehre. Ausgehend von Avi Warburg, welcher die ikonologische Methode erstmals Ende des 19. Jahrhunderts angewendet hat, entwickelte der deutsche Kunsthistoriker Erwin Panofsky diese 1939 zu einem Drei-Stufen-Schema weiter. Teil dieses Schemas ist neben der ikonografischen Analyse eben auch die ikonologische Interpreter Interpretation, bei der man sich mit der Deutung eines Bildes in einem historischen Kontext unter Zuhilfenahme zeitgenössischer Quellen und wissenschaftlicher Literatur beschäftigt. Wie genau das im Detail funktioniert, soll anhand des Bildes Turmbau zu Babel aus dem Jahre 1563 von Peter Bruegel, dem Älteren, einem niederländischen Renaissancemaler, veranschaulicht werden. Um das Gemälde ikonologisch interpretieren zu können, ist es wichtig, die biblische Geschichte hinter dem Turmbau zu Babel zu kennen. Die Geschichte ist ein Gleichnis, das vor der Übermütigkeit und dem Größenwahn der Menschen warnt. Diese wollten unter der Leitung des tyrannischen Königs Nimrod einen Turm bis in den Himmel bauen, um sich selbst ein Denkmal zu setzen und Gott näher zu sein bzw. sich mit ihm auf eine Stufe zu stellen. Gott verhinderte das, indem er die Sprache der Menschen verwirrte, sodass sie sich nicht mehr untereinander verständigen konnten. Im Gleichnis wird der Größenwahn der Menschen nach Macht und dem Aufstieg zu Gott bestraft, indem sie vor verschiedene Probleme gestellt werden. Sie verlieren ihre Bezugsgruppe, die Gesellschaft, die sie zum Überleben brauchen, die gemeinsame Sprache und können den Turm nicht vollenden. Diese Probleme werden auch im Bild dargestellt. Durch den bereits beginnenden Verfeil des Turmes, der Unmöglichkeit seiner Fertigstellung und der im Gleichnis beschriebenen Sprachverwirrung, die durch das im Bild gezeigte Durcheinander des Geschehens dargestellt wird. Peter Bruegel setzt das Thema des Turmbaus zu Babel aus der Bibel bewusst in seinen persönlichen Lebenskontext. Um das zu erreichen, verwendet er Elemente zeitgenössischer Architektur und Technik im Bild. Die Bauhütten, Hebewerke und Kräne entsprechen damals verwendeter Gerätschaften. Einer der abgebildeten Kräne soll zu Brügels Lebzeiten in Antwerpen, seinem langjährigen Wohnort auf dem Marktplatz gestanden haben. Die im Hintergrund abgebildete Stadt und ihre Gebäude erinnern ebenfalls entfernt an Antwerpen, zumindest aber an die niederländische Architektur dieser Zeit. Als Umgebung hat der Maler die flandrische Landschaft gewählt, typisch niederländisch flach und zur damaligen Zeit am Meer gelegen. Die Darstellung des Turms ist an die römische Architektur, beispielsweise des Kolosseums, angelehnt. Hier verwendet Bruegel die Eindrücke seiner Romreise aus dem Jahr 1553. Die abgebildeten Personen tragen die typische Kleidung des 16. Jahrhunderts, die Arbeiter, Hose, Wams und Schürze sowie einfache Barrette, eine damalige Kopfbedeckung. Die Mode der höher gestellten Personen erinnert an die spanische Mode. Es sind Trikotstrümpfe, Schecke und Schaube sowie edlere Barrette zu erkennen. Zum Ende bleibt die ikonologische Interpretation, warum Peter Bruegel das Thema in seinen persönlichen Lebenskontext setzt. Bruegel war überzeugter Humanist und Reformationsvertreter. Zu seiner Lebzeit standen die Niederlande unter der absoluten spanischen Gewaltherrschaft Philipp II. Dieser war überzeugter Katholik und starker Vertreter der Gegenreformation. Er setzte sich zusammen mit der katholischen Kirche für die religiöse Verfolgung des Protestantismus und der Reformationsbewegung ein. Bruegel kritisiert mit seinem Bild den imperialistischen, machtorientierten Herrschaftsstil Philipp II., der im Bild durch König Nimrod repräsentiert ist. Außerdem bekundet er sein Missfallen am religiösen Verfolgungseifer der katholischen Kirche gegenüber Andersgesinnten, da diese sich als einzige wahre Religion sieht und somit selbst überhöht. Die Zeit des 16. Jahrhunderts stand aber auch für einen wirtschaftlichen und sozialen Wandel. Viele Städte, Antwerpen eingeschlossen, wuchsen rasch. Antwerpen wurde zur Welthandelsmetropole und zu einer multikulturellen Gesellschaft mit religiösen und sprachlichen Verständigungsproblemen und Unruhen. Die Menschen verloren ihre Bezugsgruppen, die zuvor aus kleinen, überschaubaren Gemeinden, wo jeder jeden kannte, bestanden. Peter Bruegels Werk ist somit eine Kritik am Zerfall der Gesellschaft, dem aufkommenden Frühkapitalismus und den Anfängen der Globalisierung. Die Menschen wollen, wie im Gleichnis, zu hoch hinaus und werden dafür mit Problemen gestraft. Vielen Dank. Vielen Dank.